Hallo, guten Tag. Mein Name ist Katharina Gerlach. Ich bin Moderatorin, Medientrainerin und Kommunikationscoach. Ich habe ein breites Erfahrungsspektrum, einen journalistischen Hintergrund nach 25 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Berlin, einen agilen Hintergrund. Ich bin Scrum Master, Design Thinker und ich begleite Sie mit Ihrem Team auf Ihrer Customer Journey, der Kundenreise. Und ich habe noch einen beteiligungsorientierten Hintergrund. Und ich habe Großgruppenmethoden gelernt in der Schweiz und habe dann festgestellt, Beteiligung ist eminent wichtig für jede Veranstaltung. Denn nur wenn ich beteiligt bin, gehe ich auch mit. Ich habe intensive Erlebnisse und es bleibt mir lange in guter Erinnerung. Was ich moderiere? Zum Beispiel Messen auf der Internationalen Grünen Woche für Schleswig-Holstein in der Schleswig-Holstein-Halle mit einer Kochshow jeden Tag und hervorragende Messen. Oder Symposien, wie das für die Wohnungsbaugenossenschaften Deutschlands. Da ging es um Digitalisierung auf dem Wohnungsmarkt. Oder auf der Buchmesse Frankfurt Main, ein herrliches Format. Das heißt, Politik trifft Buch und es reden Politiker mit Autoren über deren neue Bücher und über aktuelle Themen. So was macht richtig viel Spaß. Sie merken schon, Politik ist eher meine Sache als Mode und Schminktipps. Das ist gar nicht meins. Ich moderiere gerne gesellschaftlich relevante Themen, also Bürgerdialoge, Demokratiekonferenzen, Fachtagungen bis zu Wirtschaftsthemen. Und ich moderiere Workshops. Das heißt, Sie haben ein Thema, was Sie bearbeiten möchten mit Ihrem Team. Ich bringe die Methoden mit. Wir überlegen, was am besten passt, damit Sie zu Ihrem Ziel kommen. Ich moderiere, ich würde sagen altersgemäß, mit einer gewissen Gelassenheit, aber mit Emotion. Reicht das? Wir werden uns besser kennenlernen, wenn Sie mich kontaktieren. Bis bald!